hey und ich habe was wunderbares gekauft ja 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 könntest du was könnte ich mal kurz zu der kamera hier ja ob ich das ist ja also ich bin begeistert voll erstaunt er hat komplett beschissen platziert also ja also weißt was das ist die ecke wo du nicht brav was in der schule hinsetzen muss und jungs wir müssen nicht mehr wir müssen nicht mehr ins meer gehen mal eine toilette das meer ist mir trotzdem noch lieber warum aus prinzip das meer ist und ich habe noch ein geschenk für dich der liebe ich habe dir etwas gebastelt und du brauchst jetzt bitte nicht möchte das nicht im gebäude platz machen na ja ich mache ich nur fahren weiter so haben wir noch jungs die toilette ist doch echt schon lustig ja diese schämlich ecke aber ja das sind ja sonst ja wo dies hier schämlich ecke ich könnte auch uns holen einlass die die Leute, wieder ein Vogel, Mama. Was ist ein Vogel? Die nächste Waffe möchte ich mit einer Glocke bauen, österreichische Markenqualität. Glocke. Die nächste Waffe gibst du einen von uns ab. Dann würde ich sogar die AK geben für die Glocke, also die Glocke behalten. Ich könnte die AK-47 haben und können. So, so. Ähm, mit der AK wäre der besser dran oder so. Die AK ist ein Maschinengewärm. Die Glocke ist eine Pistole. Ja, lustiger Funfact. Die amerikanische Polizei benutzt diese Waffe. Also, österreichische Markenqualität, also. Ist ja eine österreichische Waffe, also. Ja. Holzpille. Ach so. Hm. Holz ist aus. Du bist aus. Und hier schon. Der ist schon auf Stand-by. Hey, lieber. Mhm. Schau mal her. Und hier. Mhm. Passt mal auf. Warte, ich muss ganz kurz sowas holen. Dann mach ich das. Ah, bitte dulden sie sich einen Moment. Und hier ist frei. Ah, gut. Jungs. Ein Heilkopf. Wow. Über der Minecraft-Fuhr. Leute, Anker. Komm. Ist der Anker unten oder? Ich bin mir gar nicht sicher, deswegen. Ja. Weiß ich ja nicht, deswegen. Ich bin ein Heilkopf. Was ist denn noch? Wie ist denn? Hm. Wollen wir roh? Ja. Was ist los? Nein. Bei hunderten Dinger. Hallo? Nein, hinten. Wollt ihr auf den Sals gehen? Ja, okay. Nein, nein, nein. Geh doch nicht drauf, weil dann fahren wir noch ein bisschen näher ran, würde ich sagen. Oder so. Bisschen näher dran? Ja, weil das macht nichts. Falls irgendwas siehst, nichts werden. Weg müssen. Wir haben hier und alles gut. Hm. Hey, lieber komm mal her. Ja. Guck mal. Wenn man auf dem Klo ist, kann man es mal jetzt beobachten. Oh, sorry. Nicht genommen. Diebstahl. Aber steht alles klar. Ja, alles klar. Geht doch. Das war hier. Geht doch. Ist doch alles klar. Immer. So. Und guck, was da jetzt noch ist. Das ist auch ein kleines. Jetzt brauchen wir noch den Vogelkopf. Haben wir sonst noch irgendwelche Köpfe? Nee, oder? Nope. Äh, nur nicht gerade, ne? Ah. Warte mal. Komm her, mal welchen. Ja. Komm, ich brauch noch eine Sache. Warte mal. Warte mal. Nimm das hier. Ja. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich hab dir was versprochen, deswegen. Müsst du mal ein Teil davon ist das, okay? Hm? Vielleicht kannst du mir auch noch helfen, wie der Kugelkopf ist. Ist auch ne Idee. Ja. Oho. Das war ne schlechte Entschuldigung. Ja. Ja. kann ich überall hinstellen ich kann ja lieber überführen, dass du meinen Kopfstamm sie hat doch was so blöde frage ist das spiel von den gleichen psychos, die wir jetzt auch die vor uns gemacht haben und den bei, ach so, den bei den spiel kannst du Köpfe aufhängen oder so die vor uns ist nur die erwachsene version, das ist halt eine andere welt und die kinder von ochne hopp weg ich bräuchte hilfe hoppen ein schwein ja ähm wo seid ihr? in der hütte von der hütte äh, welche hütte? wenn du vom Schiff gerade ausstimmst hm also ich komme, steh dich ach, schweinchen ist er putzig ist er putzig? Mh wie er der kämt hihihi aber es ist putzig wie wir bei unserem leben kämpfen willst du nicht mich holen? mich zurückbringen und Hiro allein mir durchschweinchen lassen? wo bist du? Euro jetzt ist das Wildschwein noch über Marcel getreten betreten das gibt Rache Ups, jetzt schwebst du den Wasser Sieht so geil aus, die Animation Mein Fall ist Hahaha Rettungsaktion Ja, mit dem Boden, oder was? Ja, mit dem Boden Der Bogen hat er ganz festgekrallt Dumm 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 Auf 5 los sind wir Oh, da ist nichts los Das ist ein Bett Willst du weiter? Nein, ich will nicht hin So Ich will genau so die Sache umgehen Weil es Daher kommen wir euch doch Schlafen Rachen Was? Was hast du gesagt? Schlafen Okay Unser Kies ist aber auch nicht bequem Grundstoff So Plastik und Stoff Ja Ja Geht doch Hm Machen Machen kannst du alles So ist es So ist es Hier Hinter dir ist der Reihe Ich seh es Wie ist es aus? Aha Schade gezogen Jetzt kommt er zu euch Nein Oder so Oder so Oder das ist immer bei mir Ich Ich fahr mal Level 1 weiter Tschüss Tschüss Viel Spaß Und jetzt Hopp Die Federn Ich glaube mal nix Mit kannst du es vorgestellt Wir kämpfen Wir kämpfen Bei euch den gegen das Wildschwein Ey Watzenschwein Ich eigentlich auch Mies bei mir Weg Ja ich kann mich einer von euch retten Bist du gestorben? So nebenbei Nicht Ich hab das Wildschwein jetzt von innen gesehen Es habt jetzt sogar eine Aufnahme Herr Wikio Da ist ein Kugelfisch Aber ich bin tot Wo bist du überhaupt? Jetzt mach ich wieder Was? Im Meer Ich wollt rüberschwimmen Wo ist Innern hier ist ein Kugelfisch Passt auf Wenn das Ding explodiert Habt ihr Gift in euer Geschicht und stirbt fast direkt Hero Hero wist du Hm? Hero ist direkt hinten Nie war Ist direkt vor mir Weil ich noch nicht im Zwischwein gekämpft hab Hero Könntest du vielleicht sie holen oder? Ich weiß bloß nicht wo Genau Ich bin einfach geradeaus geschwubelt Wie ihr beide Und pass auf Der Kugelfisch soll bitte am Leben bleiben Ich versuch's Na wie das aussieht Wie du da stehst Ich steh nicht Oder Bei mir stehst Na blöde Frage Könnt ich mich einfach im Pochtop hier auf die Insel platzieren und dann fahren essen Ich glaube nicht dass du denn Ich habe den ganzen auf dem Poßbett Ja Sorry War noch die Rezepte Auf den Schiff spazieren kannst War mir eigentlich schon? Weiß ich nicht Weiß ich nicht Ich weiß auf jeden Fall Das dein Kug Ich versteh noch immer nicht wo man diese Sachen herbekommt Ich versteh noch immer nicht wo man diese Sachen herbekommt Was die da haben will zum verhandeln oder so Mit dem geh ich mir auch nicht raus Ok Wo sind wir gerade? Wieder zurück Auf den Schloß Wir kommen aber wieder Ja Ganz Nur wie eine Frage So Waren wir auf der Insel nicht schon mal? Das weiß ich nicht Weiß ich nicht Aber ist das dein Kugelfisch? Also ja Aber ist uns halt sehr nach uns raus Was wir gehabt haben Mhm Ich weiß es wirklich nicht So das könnten aber mehrere gleich gleich aussehen das worden eigentlich oder? Also Die Inseln in der Größe sind fast alle gleich aus Ok Denk ich mir ja weil Die werden nicht für jeden Habt ihr eigentlich irgendwas in die Minecraft Küste getan? Was? Na die ist ziemlich voll In die Minecraft wo kommt man essen? Ist aber alles mögliche drin Was noch? Wer Wer Ich hab dort nichts da reingekleckt Ich hab den ersten reingemacht Ich hab letztens Samen reingekleckt Melonen Samen und halt auch mit Palmenplatten Stinkling Das sind Palmenplatten eine Menge Bolzen Alles mögliche ist da drin Ich hab dort letztens wo ich war nur eine Palmenplatte Weil so welche Stinklinge sind Und halt Samen und Melonen aus dem Merke ich doch nicht reingekleckt Geil Das ist merkwürdig Ich war gar von Kugelfisch gejagt Nein ich hab die Burgmecke geworfen Das ist nicht Oh nein Kommt der Heil noch Ich werd von zwei Fischen aggertiert Und ich bin gleich wieder tot Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Ich bin unterwegs aber ich wahrscheinlich verungere ich Ich bin unterwegs aber ich wahrscheinlich verungere ich Ja Kann ich was bitte geben Wissen du Am Anfang Dort wo wir hier Dort wo wir hier Hier oben Ja Ist hier ein großer Ist hier ein großer Ähm Vogel Ja gibt's Komm her Komm mal zum Berg bitte Ich bin auch Ich geh doch grad auf den Berg Ja Ja Ach's runter Werf's runter Danke Das ist die Kokosnüsse Weil ich müsste erst regenerieren bevor ich mich wieder runter wagen gemacht Ah ich versteh was du bist ja Ja Wagen 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 Man muss eigentlich aufnehmen das war muss ich auch nicht noch eine so ja noch eine rauf würde ich sagen so ja für mich dann aber dann nehmen wir vielleicht noch morgen auf komm 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 ich hab vier pfeile in die google ein kommt vorbei ich habe eine gander hier vier pfeile brauchte oder zwei geschobst er ist immer weiß ob ich die Lamas oder sonst irgendwelche die Fiecher ist kommen erst bei unten aber vielleicht gescheitert sind wir im ersten Hege bevor wir die überhaupt holen was er mich sonst sterbste ja ja stimmt so kriegst du aufs Maul von dem Vogel ich sehe schon kommen gleich bin ich tot bist du oben am Berg dann komme ich mal ich helfe dir mal so ich komme gerade ja oja ich kann mich da schießen ja kann ich der schießt kriegst du auch schon ich glaube schon oder so mh das ist schön oja ich habe zwei Sachen zum anmeten erstens ich bin tot ja ich komme gerade zu dir hoch und zweitens bin ich jetzt auch tot das zweite ist ich bin da wo ich drin bin nicht reinspringen rauskommen ist also ich weiß wo du zirka warst aber ich weiß gar nicht wo du bist ähm rund dann wo die höhle ist über der höhleneingang ach so du bist da runter gefallen wo ist denn deine höhle ich glaube da ist er wieder abgestürzt ne ich bin schau ich bin über der höhleneingang oben wo du auch bei der letzten waren verstehst ach so und da bin ich halt ich bin runter gesprungen weil ich halt einfach äh ich seh du bist unter mir ok ich will nur kurz den schmutz mit ich bin halt runter gesprungen weil ich den kleben hatte und bin dann reingesprungen und mich gesprungen also wäre es vielleicht nur so eine idee dass vielleicht gescheit wäre weil ich jetzt nur aufhör weil ich glaube für 15 Minuten das ist ja nicht so interessant verstehst also ja aber ich glaube dass ich noch sterben könnte egal die nächste sicht hier dann bei der flamme wollte ich noch sagen ja bis dann leute tschau tschau